Ne, André, brauchst du dir keine Gedanken machen. Wir haben eine super Idee für das Intro, merke ich. So, herzlich willkommen. Ich glaube, das mit dem Sound hat jetzt hingehauen. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der zweiten Lesung zur zweiten Welle. Oder eigentlich ist es die erste Lesung zur zweiten Welle. Aber ich glaube, jetzt hat es tatsächlich geklappt. Was tun wir hier? Ja, ihr guckt zu und ich lese aus meinem zweiten Roman Platzwechsel, heißt er, lese ich alles. Also von vorne nach hinten, das hat sich bewährt. Zwei Abende haben wir schon hinter uns. Und, ach schön, dass endlich mal jemand das Intro anspricht. Ich mag es sehr. Zwei Abende haben wir schon hinter uns. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nochmal erklären soll, was bisher passiert ist. Vielleicht erkläre ich einfach, was gestern passiert ist. Denn wenn ihr alles nachschauen wollt, könnt ihr das tun. Die Videos sind auf meinem Kanal online. Und, äh, kurzer Recap, was gestern passiert ist. Ähm, ähm, Mike und André haben Andres Wohnung in Leipzig an einen Berliner Hipster vermietet. Ähm, dann hatte André seinen ersten Tag, ähm, auf dem, äh, Bauernhof. Ähm, und war da beim Mittagessen und hat so ein bisschen, äh, die Leute kennengelernt. Unter anderem auch, äh, Sigrid und Tina, die dort arbeiten. Aber auch alle, äh, Bewohner, äh, Bewohner, ähm, die wir ja zum Teil schon kannten. Ähm, dann war Kapitel 8, äh, das, äh, das, äh, Weihnachtsessen bei, ähm, äh, im Heim mit dem Opa zusammen. Ähm, Kapitel 9, äh, da haben sich, äh, André und seine Eltern gemeinsam mit seinen anderen Großeltern, äh, eine neue Wohnung angeguckt. Äh, äh, so eine Art betreutes Wohnen. Und die Großeltern haben, äh, äh, absichtlich versucht, alles richtig scheiße zu finden, damit sie, äh, ja nicht umziehen müssen. Und Kapitel 10 war dann, äh, wo André den Stall ausgemistet hat, äh, zusammen mit den, mit, äh, Maurice und Danilo. Äh, äh, die aber unbedingt die Eier des, äh, Zuchtbullens anfassen wollten. Äh, äh, dann hat André seinen, äh, Rundgang auf dem Hof bekommen von, äh, der Dirk. Und er ist gleichzeitig eingeweiht worden in das, äh, Geheimnis des Hofs, warum er so glänzend renoviert ist und so fantastisch läuft. Nämlich, dass es eine, äh, äh, riesige, äh, Grasplantage versteckt in der Scheune gab. Äh, äh, woraufhin dann, äh, Maurice und Danilo alleine waren. Und den Zuchtbullen freigelassen haben. So. Soweit sind wir. Und, äh, ich würd sagen, nicht lang schnacken. Ähm, wir machen einfach weiter mit Kapitel 11. Und, und das geht so. Es war Samstag. Ich saß am Schreibtisch im Hause meiner Eltern und surfte sinnlos im Internet. Sag mal, was hast denn du mit deiner Hose gemacht, Junge? rief meine Oma Traudl aus der Küche. Die ist ja vollkommen zerrissen. Vorm Stier weggerannt, gab ich zurück. Wo habt denn hier einen Stier? rief mein Opa, der vorm Fernseher saß. Nicht hier, aber auf dem Bauernhof in Langenstedt. Die haben einfach so den Stier rausgelassen. Darfst nischt Rotes anziehen, rief mein Opa. Das hat damit nichts zu tun. Der kommt auch so. Meine Oma stöhnte. Deine Mutter hat nischt vorbereitet. Du, die fahren nach Thailand und lassen dich ja ganz alleine. So hab ich die nicht erzogen. Oma, ich bin 28 Jahre alt. Ich kann mir auch selber Essen machen. Junge, willst du ein Bier zum Mittag? Oma, ich muss heute noch arbeiten. Vorm Computer sitzen ist doch keine Arbeit, rief mein Opa. Ja, aber der ZDF Fernsehgarten ist Bildung, oder was? Gab ich zurück. In der Küche klimperte es. Dann hörte man Getrampel und schon stand meine Oma neben mir. Machst denn da die ganze Zeit? Fragte sie. Internet, sagte ich und zeigte auf den Bildschirm. Guck, da gibt man ein, was man sucht. Schinken, rief mein Opa. Gib mal Schinken ein. Und hier, sagte ich, hier kann man Nachrichten lesen. Machte meine Oma und zeigte auf eine Überschrift. Ich klickte auf den Link und überflog den Artikel. Flugzeugunglück am Flughafen Puket. Bruchlandung. 90 Tote. Deutsche unter den Opfern. Oh, nee, 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 rief meine Oma und schlug die Hände vors Gesicht. Sofort standen mir die Tränen in den Augen. Und auch mir wurde langsam unwohl. Was machte man in solch einem Fall? Irgendwen anrufen? Sich ärgern, dass die eigenen Eltern unter all den unendlich unwahrscheinlichen Dingen, die einem so passieren konnten, ausgerechnet mit einem Flugzeug abstürzen mussten, anstatt vielleicht mal im Lotto zu gewinnen? Opa! Kreischte meine Oma. Opa! Warte mal, sagte ich. Sprintete in die Küche und suchte nach dem Zettel mit den Flugzeiten, den Hotelnamen und Telefonnummern, den meine Mutter für genau solch einen Fall vorbereitet hatte. Opa! Hörte ich meine Oma aus dem Wohnzimmer schreien. Die Kinder! Nee, das ist doch die Kiwi! Brüllte mein Opa. Die sind abgestürzt! Jetzt wartet mal, rief ich und rannte mit dem Zettel zurück zur Couch. Da, sagte ich und zeigte erleichtert auf den Laptop. Völlig andere Flugnummer, völlig andere Airline. Die Eltern müssten eigentlich schon längst gelandet sein. Aber meine Oma hörte schon gar nicht mehr zu. Gerda! Brüllte sie ins Telefon. Ja, der Traudel hier! Hast du gehört? Unsere Tochter! Abgestürzt! Ist sie nicht, rief ich. Ja, der André hat's im Internet gesehen. Hab ich nicht. Das war ein anderes Flugzeug. Nee, ich weiß auch nicht, wie's jetzt weitergehen soll. Oma, die sind nicht abgestürzt. Ja, da ziehen jetzt wohl wir hier ins Haus. Oma, die sind nicht abgestürzt, sagte ich. Und wenn, dann bin ja wohl erstmal ich Erbe und ich verkaufe das Haus. Da klingelte mein Handy. André, sagte meine Mutter. Na, ein Glück, rief ich. Was ein Glück. Ach, die drehen ja alle am Rad, weil sie denken, ihr seid mit dem Flugzeug abgestürzt. Hä? Aber da hätten wir dort Bescheid gesagt. Ja, ja, sagte ich. Du, ich versuch ja unser Shuttle zum Hotel zu finden. Aber die Thailänder, die verstehen alle kein Englisch. Hast du es schon mit lauter Sprechen versucht? Nee, warte. I need shuttle to hotel. Ich verdrehte die Augen. Naja, kriegen wir schon hin. Nur, dass du Bescheid wirst, dass wir da sind, sagte sie und legte auf. Das war übrigens die Mutter, erklärte ich. Meine Oma sah mich entgeistert an. Wie jetzt? Wegen Zeitverschiebung? Stammelte sie. Oma, die sind nicht abgestürzt. Ja, das sagst du so einfach. Okay, und wie erklärst du dir, dass ich gerade mit der Mutter gesprochen habe? Du klingst am Telefon doch auch wie dein Vater. Ach so, dann habe ich gerade einfach mit meiner seit 25 Jahren verschollenen Schwester gesprochen, oder was? Die zufällig auch gerade in Thailand ist? Es gibt alles, sagte meine Oma. Ich schüttelte den Kopf. Vielleicht waren wir eine Familie voller Mentalisten? Meine Oma sah überall kriminelle Ausländer, wo keine waren, und ich konnte neuerdings mit meinen toten Eltern im Jenseits telefonieren, deren Seelen ziellos auf dem Flughafen in Puket umherirrten, weil sie noch ganz dringend ein Shuttle zum Hotel buchen mussten, ehe sie endlich Ruhe finden konnten. Oder es waren einfach mal wieder alle völlig verrückt geworden. Pass auf, sagte ich, und griff nach meinem Handy. Wir rufen sie einfach nochmal an, und dann sprichst du mal mit ihr. Da klingelte es wieder. Ja, Herrmann, rief ich. Gottschalk, Auswärtiges Amt in Berlin. Tag, sagte ich. Herr Herrmann, das ist jetzt schwer, sagte der Mann. Vielleicht haben sie es ja schon mitgekriegt. In Puket gab es ein Flugzeugunglück, und wir haben hier ne Liste aller Passagiere, und da ihre Eltern, ja ich weiß, haben grad angerufen. Wie jetzt? Wegen Zeitverschiebung? Nee, anderer Flug, andere Airline. Ja, aber auf meinem Zettel steht doch Herrmann. Ja, aber ich hab doch grad mit meiner Mutter telefoniert. Gut, dann hab ich jetzt umsonst angerufen. Tut mir leid, sagte ich. Vielleicht sterben meine Eltern ja auf dem Rückflug. Naja, wir telefonieren hier gerade alle Angehörigen ab, und da kann das ja mal vorkommen. Ich hoffe, ich hab mir jetzt gegen Schrecken eingejagt. Schon okay, sagte ich. Wobei, wenn wir jetzt die Herrmanns sind, bei denen sie Bescheid sagen sollten, dass jemand gestorben ist, gibt's dann noch andere Herrmanns, bei denen sie vielleicht gesagt haben, dass... Oh oh, sagte der Mann und legte auf. Und, fragte ich, zufrieden, oder soll ich doch nochmal bei der Mutter anrufen und fragen, wie es mit dem Sterben so aussieht? Psst, mein Opa meldete sich wieder. Die Kiwi kriegt grad erklärt, welcher Campingwagen am besten zu ihr passt. Junge, willst du ein Bier zum Mittag? schrie meine Oma aus der Küche. Nee, rief ich. Oder halt, vielleicht, vielleicht lieber doch. So, das war Kapitel 11. Oh, Entschuldigung, mir juckt seine Nase. Ich muss mal ganz kurz aus dem Bild verschwinden. So, jetzt noch einen Schluck trinken. Prost. So, dann widmen wir uns mal Kapitel 12. Es war Dienstag. Ich hatte die Kühe gefüttert, die Ställe ausgemistet und Maurice und Danilo immer wieder davon abgehalten, die dicken Eier des Zuchtbullens anzufassen, der bedrohlich nach ihnen getreten hatte. Und jetzt lag ich pünktlich zur Mittagspause in Badehose unten am See, rauchte eine Zigarette und sah den Möchtegern-Surfern dabei zu, wie sie in voller Neopren-Montur daran scheiterten, bei absoluter Windstille auch nur einen Meter vorwärts zu kommen. Ich lag unter einem einzelnen Baum in der Nähe des kleinen Kiosks. Alle zwei Minuten rückte ich ein Stück nach links, um auch ja im Schatten zu bleiben. Hauptsache nicht wieder Sonnenbrand, dachte ich. Gleich in der ersten Woche hatte ich mir ein hübsches Batman-Logo auf dem Rücken eingehandelt, weil ich beim Eincremen meines Rückens nicht überall drangekommen war. Gerade beobachtete ich interessiert, wie einer der Surfer versuchte mittels ausgiebigen Hin- und Her-Ruckelns Fahrt aufzunehmen, als plötzlich ein riesiger Typ auf mich zugestapft kam. Er war um die 50, hatte graue, strähnige Haare und bei jedem seiner Schritte gab es so ein komisches Quietschgeräusch. Ich wusste nicht, ob er zum Hof gehörte oder einfach nur ein verrückter Surfer war, aber sein Outfit sprach eindeutig für die erste Variante. Mitten im Hochsommer trug er eine Winterjacke, Cargo-Hosen und Stiefel. Der Schweiß lief ihm in Strömen das Gesicht herunter. Haha, sagte der Riese, als er direkt vor mir stand. Sonnenbrand! Jaja, vielen Dank auch, sagte ich und befühlte mein glühend heißes Gesicht. Kacke, dachte ich. Selbst im Schatten oder was? Soll ich in Zukunft in einer Burka den Stall ausmisten? Hübsche Hose, sagte der Riese und deutete auf meinen Klamottenberg. Ich sah hinüber. Eine stinknormale Latzhose, die ich meinem Vater geklaut hatte, nur, dass auf der Brust ein großes DB-Logo prangte. Heißt du DB? Fragte der Riese. Nee, sagte ich. Das heißt Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, flüsserte er ehrfurchtig. Hm? Kann ich die haben? Nee. Wo gibt's die Hose? Keine Ahnung. Im Zweifelsfall vielleicht bei der Bahn? Hm? Hm? Machte der Riese und starrte mich an. Ulf Udo, sagte er nach einer Weile. Wie jetzt? Fragte ich. Äh? Äh, antwortete er und wiegte seinen Kopf hin und her, woraufhin es schon wieder so komisch quietschte. Ist das dein Name? Ja, ja. André. Gut, gut. Wohnst du hier? Ja, ja. Ulf Udo holte ein Jojo aus seiner Tasche, beäugte es von allen Seiten und warf es dann einfach auf den Boden, weil er vergessen hatte, seinen Finger in die Schlaufe der Jojo-Schnur zu stecken. Ein paar Sekunden vergingen. Rauchst du Zigarette? Irritiert zog ich an meiner Zigarette. Äh, ja, sagte ich. Gut, gut, sagte er und ging quietschend weg. Alles klar, dachte ich. Einfach nicht hinterfragen, wieso der bei jeder Bewegung so komisch quietscht. Wahrscheinlich wirkt man auf die Bewohnerinnen und Bewohner des Hofs auch des Öfteren völlig verrückt, weil man zum Beispiel seine Suppe statt mit den Händen lieber mit einem Löffel isst. Fuck, dachte ich und befühlte erneut mein glühendes Gesicht und ich hatte mich sogar eingecremt. Im gleichen Moment stand Ulf Udo wieder vor mir. Hier, sagte er. Für dich, weil du rauchst. Er hielt mir eine Schachtel, Kabinett würzig entgegen. Boah, sagte ich. Bist du Bauarbeiter? Wo hast denn den Scheiß her? Nicht gut, fragte er und sah sich hilflos um. Doch, doch, gib her, sagte ich und nahm ihm die Schachtel ab. Eigentlich rauch ich ja Luckys. Hm, hm, nickte Ulf Udo und trottete quietschend Richtung Kiosk, während er leise Luckys, Luckys, Luckys vor sich hin murmelte. Kabinett würzig, dachte ich und musste lachen, als ich die Schachtel betrachtete und mir eine von ihnen ansteckte. Sie schmeckte scheußlich. Gisela, hast du meine Kabinett gesehen? rief jemand hinter mir. Ich drehte mich um und sah einen dicken Mann auf einem Badetuch. Er durchsuchte all seine Taschen, stand auf, hob das Handtuch an, legte es wieder hin und blickte dann mit großen Augen auf mich. So unauffällig wie möglich ließ ich die Kippenpackung in meine Tasche gleiten. Luckys, Luckys, hörte ich im gleichen Moment, als Ulf Udo mir freudestrahlend eine Schachtel Luckys entgegenstreckte. Wo hast denn die her? Meine? Digga, die ist noch eingeschweißt. Ja, ja. Ich blickte zu dem dicken Mann, der mittlerweile wieder auf seinem Handtuch lag und genüsslich vor sich hin rauchte. Ulf Udo stand kerzengerade neben mir. Ich zeigte auf die Schachtel Luckys. Wenn schon krebst, dann wenigstens den teuren, oder? Krebs, 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 murmelte Ulf Udo und sah sich ängstlich um. Nee, du brauchst jetzt nicht losrennen und einen Krebs für mich suchen, sagte ich. Gut, gut, er nickte beruhigt. Setz dich mal hin, du musst doch nicht die ganze Zeit stehen. Ulf Udo versuchte umständlich, sich irgendwie hinzusetzen, dabei quietschte und knatschte es wie verrückt. Als er es endlich geschafft hatte, sah ich ihn mir genauer an. Er schwitzte wie ein Tier. Wieso wohnst denn du hier? Fragte ich. Nur so, sagte er schulterzuckend. Wieso arbeitest du hier? 1 zu 0 für dich, dachte ich und sagte. Nur so. Meine Mama ist gestorben und das Gericht sagt, hier kann ich weniger Unsinn anstellen. Beantwortete er schließlich doch noch meine Frage. Tut mir leid. Hm? Ulf Udo starrte auf den See. Was hast du denn mit dem Gericht zu tun? Ach nix. Hat nicht zufällig was mit Zigaretten zu tun, oder? Ich rauch nicht. Gerade hast du noch gesagt, dass du rauchst, sagte ich. Ja, sagte Ulf Udo, weil ich rauche. Willst du rauchen? Luckys? Luckys? Ne, lass mal. Hier. Ich drückte ihm die Schachtel in die Hand. Behalt die mal lieber. Aber, Ulf Udo sah mich mit großen Augen an. Aber, aber wir sind doch Freunde. Wir sind doch so Freunde, sagte ich, als mit einem Mal ein riesiges Geschrei losging. Da ist er, brüllte jemand von Weitem. Ich sah mich um. Ein blonder Typ kam auf uns zugerannt. Neben ihm ein rauchender Der Dirk. Und trotz der Entfernung war der Grasgeruch nicht zu leugnen. Ja, dich meine ich, brüllte der Typ, der sich im Näherkommen als einer der Surfer herausstellte und zeigte direkt auf Ulf Udo. Was fällt dir Arschloch eigentlich ein, mich zu beklauen, hä? schrie der Surfer, als er bei uns angekommen war. Komm, wo ist das Ding? Ich weiß doch, dass du's hast. Völlig verschüchtert sah Ulf Udo zu Boden. Wo ist das Ding? Wo hast du's hingeschleppt? Ulf Udo begann zu wimmern. Heul hier nicht rum, sondern gib mir das Teil. Mach mal langsam, rief ich. Was denn für ein Teil? Was willst du denn? Ich will den Neoprenanzug. Ich hab's doch gesehen. War doch niemand am Schuppen außerdem da. Ja, aber da muss man doch hier nicht direkt die Leute verdächtigen. Guck mal, wie der heult. Das ist mir doch scheißegal. Wie, und du stehst da und sagst gar nichts? rief ich der Dirk zu, der teilnahmslos zusah. Wow, sagte er. Viel zu breit gerade, André. Ich krieg das schon aus dir raus, brüllte der Surfer und packte Ulf Udo bei den Schultern, der ängstlich zusammenzuckte. Es quietschte. Und plötzlich ergab das Geräusch auch einen Sinn. Ausziehen, seufzte der Dirk. Ganz langsam begann Ulf Udo seine Jacke zu öffnen. Dann nahm er den Schal ab, zog die Stiefel aus und schichtete alles übereinander. So lange, bis er in einem wunderschönen Neoprenanzug vor uns stand. Den auch ausziehen, sagte der Dirk leise. Es dauerte ein paar Minuten. Mehrmals musste ich an einem Bein oder einem Arm ziehen, bis sich Ulf Udo aus dem Anzug befreit hatte. So, Ulf Udo, sagte der Dirk, du gehst jetzt auf dein Zimmer und dann komm ich nach und dann reden wir da mal drüber. Völlig geknickt sah mich Ulf Udo an, dann griff er seine Klamotten und trottete in der Unterwäsche von dannen. Wie und das war's jetzt? fragte der Surfer. Was denn, ist doch alles wieder da? sagte ich. Scheiß Kloppi, ist alles voll geschwitzt, murmelte der Surfer und zog ab. Ich wollte ihm etwas hinterherrufen, aber der Dirk legte mir seine Hand auf die Schulter und ich verkniff es mir. Mal ziehen? fragte er und hielt mir seine Tüte hin. Nee, sagte ich. Das hilft, hustete er und deutete auf mein Gesicht. Gegen Sonnenbrand? Ist einem zumindest egal, dann, erwiderte er, während ich mein T-Shirt wieder anzog. Meine Mittagspause war so gut wie vorbei. Sag mal, der Dirk zeigte auf meinen Klamottenhaufen, hattest du nicht eigentlich immer so eine Latzhose mit DB vorne drauf? Ich drehte mich um. Oben auf dem Haufen lag eine völlig verschwitzte Cargo-Hose. Daneben standen meine Schuhe. Dieser Penner, dachte ich, und musste schmunzeln. So, das war Kapitel Nummer 12. Heute Wasser, keine Cola. Ja, es ist Essig, genau. Anubis ist Essig. Wodka-Essig, der Lockdown-Trend-Drink. Crystal Pepsi ist es leider nicht. Es ist ganz langweiliges Wasser. So, habt ihr Spaß, geht's euch gut. Ich mache in der Zeit weiter. Ich weiß nicht, was los ist, mein Nase juckt. So, ähm, Kapitel 13. Sorry, der Bus, rief ich, während ich auf das Heim zusprintete. Meine Mutter, mein Vater, meine Tante und meine Oma Emma standen vor dem Eingang. Mein Vater drückte seine Zigarette aus, nickte Richtung Tür, aber niemand bewegte sich. Es war, als würde eine unsichtbare Kraft, alle davon abhalten, das Heim zu betreten. Vielleicht machen wir es doch ein andermal, sagte meine Tante. Nee, wir machen das heute, sagte ich. Wie gefällt es dir da eigentlich auf deinem Hof? Du erzählst da überhaupt nichts, rief meine Mutter. Das sind so Behinderte da, oder? fragte meine Tante. Ihr braucht gar nicht ablenken, knurrte ich. Außerdem sagt man nicht Behinderte. Wir können ja erst mal gucken, wie er so drauf ist, sagte meine Mutter. Nee, erwiderte ich. Der muss das doch wissen. Wissen die bei dir auf dem Hof, dass die da wohnen? fragte meine Tante. Natürlich, sagte ich. Das ist ja kein Gefängnis. Ja, aber wenn's der Opa gar nicht versteht, fragte meine Mutter. Dann sagen wir es ihm so oft, bis er es verstanden hat. Leute, ihr könnt ihn doch nicht einfach so im Heim lassen, ohne dass er weiß, dass er jetzt da bleibt. Betretene Stille. Meine Mutter seufzte. Natürlich hatte ich recht. Und selbstverständlich wussten es alle, weil sie es theoretisch genauso sahen. Die praktische Umsetzung allerdings einiges an zusätzlicher Kraft erforderte. Wir gingen hinein, fuhren in den zweiten Stock und steuerten auf das Zimmer meines Opas zu. Mein Vater klopfte und öffnete die Tür. Mein Opa saß auf seinem Bett und schaute aus dem Fenster. Na Opa? sagte ich. Ach, sagte er. Und ich konnte sehen, wie er versuchte, unsere Gesichter einzusortieren, was ihm aber nicht richtig gelingen wollte. Und wie er sich deshalb schließlich zu einem Ihr seid's entschloss. Der Reihe nach gingen wir zum Bett und umarmten ihn. Meine Oma hielt ihn besonders lange, strich ihn über den Kopf und gab ihm einen Kuss auf die Stirn, ohne dass es mein Opa zu bemerken schien. Na, was machst du so? fragte ich. Ich? Ich mach gar nichts. Ich führe hier ein lauter Leben. Ich musste grinsen. Wann können wir denn los? fragte mein Opa. Wir gehen nachher erstmal eine Runde spazieren, sagte meine Tante. Aber erst müssen wir dir was sagen, fügte ich an. Was sagen? fragte mein Opa und gab mir die Hand, so als wäre ich gerade erst angekommen. Ich sah zu meiner Tante, dann zu meiner Mutter, aber alle zierten sich. Also, sagte ich, ähm, wir wollten dir sagen, dass... In diesem Moment klopfte es an der Tür. Wir drehten uns um. Im Türrahmen stand ein Mann mit Lederjacke und Schnauzbart. Hinter ihm eine Frau und ein Mädchen, vielleicht ein kleines bisschen jünger als ich. Die Temperatur im Raum sank spürbar. Tach, sagte der Mann und obwohl ich ihn nur von Bildern kannte, wusste ich sofort Bescheid. Bernhard? fragte meine Tante ungläubig. Das ist ein Ding, sagte meine Mutter. Mein Vater guckte grimmig, meine Oma ein wenig zerknirscht. Ich wusste, dass mein Opa vor meiner Oma schon einmal verheiratet gewesen war und auch, dass er aus dieser Ehe einen Sohn hatte, aber zu Gesicht bekommen hatte ich ihn nie, weder zu Ostern noch zu Weihnachten. Nicht einmal zum Geburtstag meines Opas hatte ich ihn jemals getroffen und ich wusste, dass mein Opa viele Jahre gebraucht hatte, diesen Fakt zu verkraften und er es eigentlich nur deshalb geschafft hatte, weil es uns völlig egal gewesen war, ob wir nun blutsverwandt waren oder nicht. Natürlich wusste ich, dass mein Opa nicht mein leiblicher Opa war, aber trotzdem hatte er meine Cousinen und mich immer so behandelt, als wären wir seine Enkel. Mein echter Opa war kurz nach meiner Geburt gestorben. Ich war 28 und solange ich denken konnte, hatte es für mich immer nur meine Oma Emma und meinen Opa Ludwig gegeben. Und ich hatte immer versucht, nicht wie der Rest meiner Familie, mein Unverständnis gegenüber dem Verhalten seines Sohnes in milde Verachtung zu verwandeln, sondern mich rauszuhalten und mir meine Meinung aus jenen Informationen zu bilden, die ich aus erster Hand hatte. Aber auch, wenn man da nichts unterstellen wollte, dachte ich, dann hatte es eben trotzdem einen sehr faden Beigeschmack, dass ausgerechnet jetzt, nachdem mein Opa vor Jahren schon viele Male wegen seines Herzens hatte im Krankenhaus liegen müssen, dass da genau jetzt, wo leider jeder eindeutig wusste, dass es über kurz oder lang auf ein Ende zugehen würde, dass exakt in diesem Moment plötzlich das Bedürfnis entstand, mal bei meinem Opa nach dem Rechten zu sehen. Ja, ich will nur mal nach dem Rechten sehen, sagte Bernhard und ich musste schmunzeln. Mein Vater sah mich grimmig an. Bernhard betrat das Zimmer, sah sich um und ging zu meinem Opa, der mit großen Augen auf dem Bett saß. Keine Ahnung, was in ihm vorging, ob er ihn erkannte oder nicht. Zögerlich trat auch die Frau ins Zimmer, schlängelte sich immer in möglichst großem Abstand zu meiner Familie an der Wand entlang und stellte wie in Zeitlupe einen kleinen Blumenstrauß auf den Nachttisch. Bernhard ging vor meinem Opa in die Hocke, sodass sie fast auf Augenhöhe waren. »Tach, Vater«, sagte er. Mein Opa begann zu grinsen. »Das ist der Heizungsmann«, rief er in die Runde, »der macht bei mir der Heizung!« Bernhard lächelte und man konnte förmlich mit ansehen, dass er nicht wusste, wie er sich verhalten sollte. »Manchmal erkennt er einen nicht sofort«, sagte ich. Meine Tante sah mich strafend an. »Wener kennt den Erkenntter auch«, zischte sie. Bernhard stand auf, klopfte meinem Opa auf die Schulter. »Geht die Heizung wieder?«, rief mein Opa. »Wir kommen später nochmal«, sagte er. Seine Frau nickte und sie verließen das Zimmer. Einen Moment lang blieben wir still, so lange bis sich die Schritte im Flur ausreichend entfernt hatten. »Na dann«, unkte meine Tante verächtlich, »ab jetzt ist jeden Tag jemand von uns hier.« »Du musst hier nicht wach stehen«, sagte ich, »der darf doch genauso kommen wie wir auch.« Meine Oma begann zu schluchzen. »Ja, aber verdient hat er es nicht«, rief meine Tante. »Was weiß ich«, sagte ich, »manche Leute ändern sich, wenn auch ein bisschen spät.« Mein Vater schnaubte verächtlich. Keine Ahnung, worum es bei der ganzen Sache gegangen war. Keine Ahnung, was vorgefallen war. Das Einzige, was ich einmal aufgeschnappt hatte, war, dass Bernhard es schlichtweg nicht ertragen hatte, dass mein Opa Jahre nach seiner Scheidung eine neue Frau gefunden hatte und es deshalb zum Streit gekommen war, an dessen Ende sich alle unversöhnlich gegenübergestanden und sich von da an für alle Zeit gemieden hatten. »So«, sagte mein Opa, knöpfte sein Sakko zu und stand auf. »Ich wäre dann jetzt soweit, da können wir los«, fragend schaute ich in die Runde. »Sagen wir es ihm bitte nicht heute«, schien der Blick meiner Oma zu sagen. »Ist vielleicht besser so, der meiner Tante.« Ich holte tief Luft. »Opa, wir wollten dir noch was sagen«, sagte ich und sah meine Tante auffordernd an. Sie seufzte. »Opa, die Oma war doch im Krankenhaus, das weißt du, oder?« »Im Krankenhaus? Meine Emma? Was hat sie denn? Und wann kommt sie mich doch mal besuchen?«, fragte er. Meine Oma tupfte sich mit einem Taschentuch im Gesicht herum. »Und weil wir dich alle nicht alleine lassen wollten, haben wir dich die Zeit über hierher gebracht. Da warst du ja auch viel näher bei uns«, fuhr meine Tante fort. »Ja«, sagte mein Opa und griff nach seiner Tasche, »und jetzt müssen wir auch langsam los, der Bus wartet nämlich nicht.« »Nee, Opa«, sagte meine Tante mit zittriger Stimme, »wir wollten dir sagen, dass wir uns überlegt haben, also, dass es besser ist, wenn du vielleicht, na, wenn du hier bleibst.« Alle hielten den Atem an und sahen auf meinen Opa. Alle warteten darauf, die Wucht dieser Aussage in seinem Gesicht erkennen zu können, aber nichts passierte. »Hier?«, fragte mein Opa. »Ja, hier«, sagte meine Tante. »Wir wollten nicht, dass dir zu Hause was passiert«, sagte meine Mutter. »Die Oma schafft das alleine nicht mehr«, sagte meine Tante und legte meiner Oma die Hand auf die Schulter. »Die ist selber gerade erst aus dem Krankenhaus wieder da.« »Ich bleib hier?«, fragte mein Opa leise. Meine Oma liefen die Tränen übers Gesicht. »Es tat mir so leid. Was für eine beschissene Welt ist das«, dachte ich. »Ja, du bleibst hier«, sagte meine Mutter, und auch ich musste eine Weile nach oben gucken. Wie grausam es sich anfühlte und wie man sich immer wieder sagen musste, dass es trotzdem nicht anders ging. Und wie unfair das alles war und wie wenig mein Opa davon überhaupt noch verstehen konnte. »Na gut«, sagte mein Opa mit einem Schulterzucken und stellte seine Tasche ab. »Na gut«, fragte meine Tante. »Ja, bleib ich halt hier, ha?« »Und wie auf Kommando begannen meine Mutter, meine Tante und meine Oma loszuheulen. Ich wusste nicht, ob mein Opa die Tragweite der Aussage vollends verstanden oder ob er einfach einen lockeren Tag hatte. Vermutlich würde er auch bei unseren nächsten Besuchen noch immer wie selbstverständlich mit uns zum Fahrstuhl laufen und Mühe haben zu kapieren, warum sich dort immer unsere Wege trennten. Aber wir hatten es jetzt zumindest übers Herz gebracht, das Thema anzusprechen und würden es deshalb auch in Zukunft aussprechen können. »Los, wir gehen mal inne rochen«, sagte mein Vater, dessen Augen ebenfalls schon verdächtig feucht geworden waren. Wir gingen vorbei am Aufenthaltsraum. Durch den Türspalt sah ich vier alte Leute in riesigen Rollstühlen vorm Fenster sitzen und nach draußen starren, vorbei an der kleinen Kaffeebar und schließlich am Schwesternzimmer. Ich war schon fast am Fahrstuhl, als ich bemerkte, dass mein Vater noch immer an der Tür des Aufenthaltsraumes stand. Ich ging zu ihm, er hob den Zeigefinger an den Mund. »Und bis es soweit ist, müssen wir mal den Anwalt fragen, wie hoch der Pflichtanteil ist«, hörte ich Bernhard sagen. Mein Vater machte eine Bewegung, so als wolle er die Tür aufstoßen. »Komm«, sagte ich und zog ihn zum Fahrstuhl. Noch im Fahrstuhl zündete ich die erste Zigarette an. »Scheiß auf die Brandmelder«, dachte ich, »passiert hier wenigstens mal was Aufregendes« und steckte sie meinem Vater in den Mund. Wir hatten fast aufgeraucht, als wir aus dem Eingangsbereich ein paar Stimmen hörten, die sofort verstummten, als sie in unsere Nähe kamen. »Tschüss«, sagte Bernhard, während er, seine Frau und die Tochter mit gesenktem Blick an uns vorbeigingen. »Ciao«, sagte ich. »Ja, wenn du kurz mit um die Ecke kommst, gebe ich dir deinen Pflichtanteil gleich mit«, rief mein Vater und ließ seinen Hals knacken. Ich drückte meine Zigarette aus und nickte. »Aber ihr müsst mich immer besuchen kommen«, rief mein Opa, als wir ins Zimmer traten. »Natürlich besuchen wir dich«, sagte meine Tante. »Wir besuchen dich immer«, sagte meine Mutter. »Ach«, rief mein Opa, als er uns erblickte, »der Harald und sein Bruder«. »Sohn«, sagte ich. »Hier, wo ist denn der Heizungsmann?«, fragte mein Opa. »Der hat ja gar nichts gemacht«, »ach«, sagte mein Vater und winkte ab. »Der Heizungsmann, der hat viel zu tun. Der kommt nicht mehr.« So. Das war Kapitel 13. Und, ja, ich weiß gar nicht. Trinken wir mal noch einen Schluck. Und, ähm, wie spät ist es? Okay. Dann machen wir einfach mal weiter mit Kapitel 14. Oder? Verständnis fragen? Dankeschön, Freedom Run. Das freut mich. Kapitel 14. Den ganzen Sommer überblieb ich auf dem Hof. Ich schlief in einem kleinen Zimmer in Haus 2. Morgens stand ich auf, ging zum Frühstück und danach direkt in den Stall. Fast einen Monat lang verbrachte ich meine Tage damit, im Steingarten hinter dem Stall Eimer für Eimer Gülle zu verteilen. Die Kunst war, den Eimer immer möglichst voll zu machen, sich aber gleichzeitig nichts von dem eklig stinkenden Gebräu auf die Hose oder die Schuhe zu kippen und ich beherrschte sie nicht. Immer, wenn ich irgendwo auftauchte, hielten sich die Leute die Nasen zu, die Bewohnerinnen und Bewohner schrien oder rannten davon. Um 9 gab es das zweite Frühstück, um 12 gab es Mittag, um 15 Uhr Kuchen und um 16 Uhr machten wir Feierabend. Dann ging ich duschen, schaute mal bei frisch geborenen Kälbern vorbei, mal half ich in der Gärtnerei beim Ernten der Pfefferminze oder ich blieb einfach in meinem Zimmer, bis es um 18 Uhr Abendbrot gab. Es tat gut, wenn man den ganzen Tag über wusste, was als nächstes kommen würde und es entspannte, wenn es jeden Tag irgendetwas Neues zu ernten, zu säen oder zu pflegen gab. Und so war ich fast ein bisschen beeindruckt von mir selbst, dass ich Ende September sogar freiwillig mit zum Pilzesuchen ging, obwohl ich früher felsenfest geschworen hatte, ich würde vor Langeweile im Wald sterben, wenn mein Vater mich gefragt hatte, ob ich mit in de Pilze kommen wollte. Vielleicht lag meine plötzliche Pilzsuchaffinität auch darin begründet, dass Pilzesuchen in Langenstedt ein klein wenig anders funktionierte, als ich es von zu Hause kannte. Pilzesuchen, das hieß, dass ein oder zwei Betreuerinnen oder Betreuer mit jeweils einer Packung Mini-Champignons durch das Waldstück vom Hof liefen und diese so offensichtlich auf der Lichtung verteilten, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sie auf jeden Fall finden würden und sich dann richtig doll freuten. Und so schlinderten Tina, Bettina, Ulf Udo, Maurice, Danilo und ich umher und suchten Pilze. Pilz, sagte Ulf Udo immer, wenn er ein Champignon vor sich erblickte, dann trat er mit voller Kraft drauf. Ich hab heute schon gefickt, rief Bettina. Maurice, Kühe ficken, lachte Danilo und legte sich auf den Boden. Danilo, ich ficke keine Kühe, brüllte Maurice, während er in seinem gelben Regenmantel einen Baum nach dem anderen umrundete. Sag mal, gehst du heute zu diesem Filmabend? fragte Tina. Nee, sagte ich. Mich holt gleich ein Kumpel ab, wir fahren nach Wittenberg, zu Dinosaurier-Ausstellungen. Und du warst nochmal wie alt? 28. So, so, sagte Tina. Danilo, ob du bitte aufstehst? Danilo, der bereits begonnen hatte, sich auf dem Waldweg einzugraben, rappelte sich auf und trottete lachend weiter. Pilz, rief Ulf Udo. Pilz! Ja, musst du aufheben, nicht drauf treten. Scheiße, brüllte Maurice. Pilz, rief Ulf Udo und trat zu. Hast du eine Freundin? fragte Tina. Nee, sagte ich und warf ein paar Pilze. Du? Bin ich lesbisch? Ja, rief ich, ich mein ja auch. Ich weiß, sagte sie. Hab ich aber auch nicht. Gut. Wie gut? Na, nicht so gut gut, meine ich, sondern halt so schön, dass wir das geklärt haben, gut. Und wieso findest du das schön, dass wir das geklärt haben? Ich find's doch überhaupt nicht schön, rief ich. Ich hab das halt einfach so gesagt. Ich wüsste auch gar nicht, was dich das angeht, sagte Tina und ließ ein paar Pilze fallen. Ich hab doch gar nicht damit angefangen. Du hast mich doch gefragt. Da wird's doch wohl erlaubt sein, das Gleiche zurückzufragen. Dasselbe. Eben nicht, rief ich. Die Sätze sind nämlich nicht identisch. Sie meinen zwar dasselbe, aber geschrieben sind sie trotzdem maximal das Gleiche. Wenn man's wirklich genau nehmen würde, dann sind sie sich eher sehr, sehr ähnlich, wohlgemerkt bei gleicher Bedeutung, mal abgesehen von dieser Geschlechtersache, obwohl Gender ist eh vorbei, aber trotzdem sind sie auf gar keinen Fall dasselbe. Tina sah mich etwas irritiert an. Ich räusperte mich. Sie lächelte. Eine Weile sagten wir nichts, ließen ein paar Pilze fallen, damit es hinter uns Pilz machte und hofften, dass keiner unserer anderen Begleiter in der Zwischenzeit abgehauen war. Ich mochte Tina. Ich fand es witzig, dass sie beim Frühstück immer lieber Wurst als Marmelade aß und Dinge sagte wie Ach, Teewurst. Der optimale Start in den Tag. Dass sie anfing Trickfilm-Intros zu singen, sobald sie sich unbeobachtet fühlte oder dass sie diese weirde Leidenschaft für Spinat hegte, die sie bedingungslos verteidigte. Meine Cousine heiratet bald, sagte ich. Gut, sagte Tina. Wie gut? Na, so schön, dass wir das geklärt haben, gut. Ja, mir soll es ja egal sein, sagte ich. Also die bestmögliche Form von egal. Aber meins ist es halt nicht. Mein Bruder hat auch geheiratet, sagte Tina. Aber das hält nicht. Ich glaube, die warten nur so lange, bis die Kosten der Hochzeit im Verhältnis zur Dauer des Verheiratetseins halbwegs erträglich sind. Wieso? War es so richtig groß? So richtig groß. So mit Kutsche und Schloss und so Pyramiden aus Gläsern, durch die der Champagner nach unten fließt, so wie im Fernsehen. Aber wenn man eins wegnimmt, dann stürzt das ganze Ding zusammen. Also nicht, dass ich das ausprobiert hätte, sagte Tina. Pilz! Wenn es Hochzeiten gibt, bei denen sich die Hälfte der Anwesenden schon denkt, na, ob das so eine gute Idee war, dann sollte es ja eigentlich auch Trennungspartys geben, wo man dann feiert, dass endlich alles vorbei ist, sagte ich. Tina musste lachen. Eine A-Party, rief ich. Wegen A-Part und Party, verstehst du? A-Party! Nee, na, A-Part und Party. A-Part, Party! A-Party! Das war Ironie. Achso. Wir gingen weiter. Zweimal musste ich Danilo am Mahnen, weil er am Waldboden leckte. Einmal Bettina, weil sie direkt vor Danilo ihre Hose runterließ und pinkeln wollte. Nur Ulf Udo lief die ganze Zeit brav in einiger Entfernung hinter uns her, zeigte auf unsere hingeworfenen Champignons und sagte, Pilz! Aber auf jeden Fall dann auch so mit Eheringe einschmelzen, rief Tina plötzlich. Ja, sagte ich. Und alles, was man zusammen gekauft hat, sägt man dann mit so einer großen Säge in zwei Teile. Und jeder schreibt so ein Trennungsgelübde, in dem es aber nur darum geht, wie sehr man nie, nie wieder zusammen sein will. Genau. Und der DJ spielt ausschließlich Trennungslieder. So im Zweifel für den Zweifel von Tokotronic. Ja, oder ich mag dich einfach nicht mehr so, rief Tina. Auch Tokotronic. Im Himmel ist kein Platz mehr für uns zwei. Element of Crime. Sick of you. Lou Reed. Oder Du lässt dich gehen von den Kassierern, sagte ich und verstreute noch ein paar Pilze. Aufgeregt klatschte Tina in die Hände. Ach, ich würde so gerne heiraten, nur damit ich sofort eine A-Party feiern kann. Siehst du, du sagst schon A-Party, rief ich begeistert. Das wäre so super, sagte sie und warf eine Hand voll Champignons in die Luft, die eine Sekunde später auf mich niederregneten. Dann blieb sie stehen und drehte sich um. Noch ehe mein Hirn den A-Party-Planungsmodus verlassen konnte, stand sie mit einem Schritt vor mir. Ich machte einen Schritt zurück, sieh wieder einen auf mich zu. Hey, 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 hey. Ich trat wieder einen Schritt zurück. Eine Armlänge Abstand, hä? Tina hob die Augenbrauen. Bist nicht so schnell, oder? Wie jetzt schnell? fragte ich, als Tina weiter auf mich zukam. Mit der linken umfasste sie meinen Nacken und zog mich zu sich heran. Mit der rechten hielt sie mein Kinn und steuerte so meinen Mund auf ihren. Unsere Nasen streiften einander, sie roch gut, sie schmeckte gut, meine Hände verkrampften sich. Nach ein paar Sekunden lösten wir uns, sie lächelte mich an. Oh je, dachte ich, jetzt habe ich ihr Pilzschmodder an den Rücken geschmiert. Okay, beruhigte ich mich, ganz cool bleiben und einfach nichts Dummes sagen. Tina sah mich an. Oh je, sagte ich, jetzt habe ich dir Pilzschmodder an den Rücken geschmiert. Schön, dass wir das geklärt haben, gratulierte ich mir. Aber Tina lächelte noch immer. Na, Hauptsache, das hat jetzt niemand gesehen, dachte ich und sah mich um. Ulf Udo blickte stur nach unten, Danilo nach oben, Maurice nach links und Bettina hatte die Augen geschlossen. Ein Glück, dachte ich, auf das Getratsche konnte ich ruhig verzichten, zumal ich sowieso nicht wusste, was das jetzt zu bedeuten hatte. Wahrscheinlich durfte man das ja auch nicht überinterpretieren, wobei wir uns ja jetzt auch nicht aus Versehen gegenseitig auf die Münder gefallen waren. Wenn überhaupt, dann hatte sie ja angefangen und für mich wiederum war es eigentlich ganz okay gewesen, sehr okay gewesen sogar. Ach egal, dachte ich, erst mal abwarten. Ich drehte mich um, direkt unter dem Torbogen des Bauernhofs stand ein hellblauer Minivan. Iiiiiiii, brüllte Mike von Weitem. Die haben geknutscht, Alter, iiiiiiii. Kacke, dachte ich und lächelte entschuldigend. Ich glaube, ich muss dann, sagte ich und zeigte auf Mike Dinosaurier und so. Hat der eine Freundin? Fragte Tina. Ja, sagte ich, aber er gibt's nicht zu. Okay, rief Tina, dann fährst du zu den Sauriern und ich mach vielleicht schon einmal die Playlist für die A-Party. So, ein Kapitel haben wir noch für heute. Würdest du sagen, du bist hetero? Was ist denn das für eine Frage? Was hatte das mit dem Buch zu tun? So, letztes Kapitel. Kapitel für heute, ähm, Kapitel Nummer 15. So. Ähm, los geht's. Es war Donnerstag. Mike und ich standen vorm Haus meiner Oma Traudl und begutachteten einen leeren Sperrmüllcontainer, den die Nachbarschaft offenbar schon längst als kostenlosen Müllcontainer auserkoren hatte. Kurz nach Nikolaus war es kalt geworden und ich ärgerte mich, dass ich nicht die dicke Jacke aus Langenstedt angezogen hatte. Pass auf, sagte ich, wir müssen nicht viel machen, sondern nur aufpassen, dass die Sperrmüllleute nicht das Zeug für die Umzugsleute nehmen, sonst gibt das Probleme. Geh Ding, sagte Mike. Ich drückte die Klingel, aber nichts passierte. Ich drückte erneut, nichts. Warte mal, Alter, rief Mike, griff in seine Tasche und warf etwas Längliches in den Container. Ich drückte die Klingel erneut und ein ohrenbetäubender Knall donnerte durch die Straße, sodass die Fensterscheiben der umliegenden Häuser vibrierten. Ding, dong, lachte Mike. In diesem Moment öffnete meine Oma die Haustür. Mensch, wieso klingelt ihr denn nicht, wenn ich jetzt nicht zufällig mal rausgeguckt hätte? Kommt rein, Mensch! Na, Oma, wie geht's? fragte ich, als wir die Treppen zur Wohnung hinaufstiegen. Sind die Sperrmüllleute schon da? Ach, das ist aber nett, dass sie auch mit vorbeigekommen sind. Herr, äh, rief meine Oma und schüttelte Mikes Hand. Ja, aber gerne doch, Frau Herrmann, sagte Mike. Weiß, warf ich ein. Sie heißt Weiß, aber Mike hörte gar nicht zu. Sie dürfen auch gerne Mike zu mir sagen. Sie dürfen auch gerne Oma zu mir sagen, sagte meine Oma, während ich ins Wohnzimmer ging. Doch als ich den ersten Schritt hineingemacht hatte, blieb ich wie angewurzelt stehen. Ihr habt ja noch gar nichts gepackt, rief ich und deutete in den Raum. Ey, morgen kommen die Umzugsleute. Ihr müsst doch mal anfangen, euer Zeug zu packen. Nichts nehme ich mit. Ich bin 84 Jahre alt. Was brauche ich denn noch? Nichts brauche ich mehr. Was wird das denn jetzt? Wollt ihr ab heute in einer leeren Wohnung zelten oder was? 45 hatten wir auch kein Bett dabei. Das ging trotzdem. Hier, ich zeigte auf die Schrankwand. Nicht mal eure Tassen und Teller wollt ihr mitnehmen? Wollt ihr mit den Händen essen? Das kann alles weg. Hilfesuchen stieß ich Mike, meinen Ellenbogen in die Seite. Also Frau Hermann, weiß, sagte ich. Also Frau Hermann, so ein paar Teller kann man schon mal gebrauchen. Wollen sie haben? Nehmen sie mit, brauche ich nicht mehr. Mike zuckte mit den Schultern. Naja, wenn sie die wirklich nicht brauchen, ich meine, die sind ja noch erst rein, sagte er und zog einen Karton zu sich heran. Untersteh dich, rief ich. Hier wird überhaupt nichts verschenkt. Was ist denn überhaupt los mit euch? Frau Hermann, rief Mike. Weiß. Hermann, weiß ich doch. Also Frau Hermann, wie steht's denn mit der Couch hier? Können sie haben? Und hier der Fernsehschrank. Nehmen sie mit, kann alles weg. Hör auf, rief ich und schaute zu meinem Opa, der mit verschränkten Armen in seinem Sessel saß. Und wieso hast du nicht wenigstens was zusammengepackt? Zieht ihr da alleine um? Ich bin 84 Jahre alt, was soll ich denn noch umziehen? Ich bleibe hier, fertig ist der Lack. Ich seufzte. Das durfte doch alles nicht wahr sein. Genau einen Tag vom Umzug begannen meine Großeltern den Verstand zu verlieren. Dabei hatte von Anfang an alles für den Umzug gesprochen. Vom Dorf in die Kleinstadt, näher bei meinen Eltern, ein Arzt direkt unten im Haus und vier Apotheken in der unmittelbaren Nachbarschaft. Ein hippes Rentnerviertel in Rheinkultur. Und jetzt machten sie kurz vor knapp einen Rückzieher, weil sie sich plötzlich dazu entschlossen hatten, den materiellen Gütern dieser Welt zu entsagen. Hier Junge, iss erstmal ein Stück Kuchen, sagte meine Oma und hielt mir ein riesiges Stück Obstkuchen unter die Nase. Das ist sehr nett, aber ihr sollt keinen Kuchen backen, sondern Kisten zusammenpacken oder wenigstens mal die Sperrmüllaufkleber verteilen. Die Leute wissen doch gar nicht, was sie mitnehmen sollen. Du musst doch was essen, Junge. Du siehst ganz ausgemergelt aus. Nix, rief ich. Los, Mike, Kisten packen. Aber der Mike wenigstens mit Pfirsich und Mandarine. Hör auf, rief ich. Ja, so Stücke Kuchen kann man schon mal essen, nicht wahr? Und hier, schönes Besteck haben Sie, Frau Dings. Weiß, rief ich. Gefällt Ihnen? Können Sie mitnehmen? Ich brauch das alles nicht mehr, rief meine Oma, zerrte einen flachen Kasten aus dem Schrank und begann, das Besteck einzupacken. In diesem Moment klopfte es. In der Tür standen zwei wuchtige Männer in Signalfarben und schauten sich um. Entschuldigung, wir sind hier wegen Sperrmüll. Was sollen wir mitnehmen? Alles, rief meine Oma. Das kann alles weg. Na dann, nickte der Sperrmüllmann und griff nach dem Karton mit den Tellern. Kannst du stehen lassen, das nehme ich, rief Mike. Nee, die Couch auch. Und der Couchtisch sieht eigentlich auch noch top aus. Möchten Sie vielleicht ein Stück Kuchen, rief meine Oma. Na ja, so ein Stück Kuchen, sagte einer der Signalfarbenmänner und griff zu. Ich zog meine Oma beiseite. Was soll das eigentlich alles, fragte ich. André, wir sind 84 Jahre alt. Ja, ja, ich weiß, das kann alles weg, rief ich und verdrehte die Augen. Die Leute von der Umzugsfirma, die machen doch alles. Ihr müsst nur zusammenpacken, den Rest machen die. In eurem Alter ist immer alles ganz einfach, aber für uns, meine Oma schwieg einen Moment. Ich blickte auf Mike, der gerade sämtliche Fotos von mir und meinen Cousins von der Wand nahm und fröhlich in seinen Rucksack stopfte. Offensichtlich hatten nicht nur meine Großeltern arge Probleme. Wir haben hier seit 58 Jahren gewohnt, sagte meine Oma. Na und, höchste Zeit, mal was Neues zu sehen. Ich denke irgendwie, das wird unser letzter Umzug. Ich schluckte. Natürlich hatten sie sich nicht ganz zufällig ein Haus ausgesucht, in dem der Pflegedienst jederzeit hinzubuchbar war. Und natürlich war es ein Argument gewesen, dass ein Wegzug kein Zurücklassen irgendwelcher Bekannter oder Freunde gewesen wäre, denn die Freunde und Bekannten gab es ja längst nicht mehr. Aber die neue Wohnung ist total schön, Oma. Klar, die ist ein bisschen kleiner, aber deswegen braucht ihr doch trotzdem noch Möbel. Ihr könnt doch nicht alles weghauen. Also Frau Oma, schaltete sich Mike ein. Also, ich würde alles nehmen. Greifen Sie zu, Herr Mike. Wie jetzt alles, fragte ich. Mike zeigte auf die beiden Sperrmüllgeiß, die bereits das letzte Teil der Schrankwand aus der Wohnung trugen. Das Schlafzimmer war längst leer geräumt. Hier der Jochen oder Steve, die laden alles ein und bringst dann bei mir vorbei. Du kannst doch nicht einfach die komplette Wohnung meiner Oma mitnehmen, rief ich. Was sollen denn die Umzugsleute morgen denken? Wieso? Deine Oma hat doch gesagt, ich kann alles haben. Ja, aber was willst du denn damit, rief ich, während Mike sämtliche Fotoalben in seinen Rucksack stopfte. Weißt du, wie unheimlich das ist, wenn du ab jetzt in der Wohnung meiner Oma lebst? Mike winkte ab und trabte mit der großen Stehlampe unterm Arm Richtung Haustür. Los, sagte ich zu meiner Oma, zieht eure Jacken an, wir fahren zu Ikea. Ich blickte mich um, die Schrankwand war weg, auch die Wohnzimmercouch war verschwunden und der Sessel. Mike, rief ich, kommt zurück, ihr habt meinen Opa eingepackt. So. Was ist denn hier schon wieder los? Müssen wir schon wieder Leute ausblenden? Sehr gut. So, das war's eigentlich für heute. Vielen lieben Dank, Lukas, für die Spende. Sehe ich jetzt gerade. Vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, das soll's für heute gewesen sein. Falls ihr noch etwas wissen wollt, sagt jetzt Bescheid. Ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder hier auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, sagt's gern weiter. Es geht ja noch ein paar Tage. Oder empfehlt die Videos, wie auch immer. Ihr wisst Bescheid. Habt noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch macht's ein bisschen Spaß. Mir macht's sehr viel Freude. Es freut mich sehr, dass immer so viele Leute zuschauen. Das ist wirklich sehr cool. Was ist morgen? Morgen ist Donnerstag. Das heißt, 0 Uhr kommt die neue Folge Team Totale Zerredung raus. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Sie heißt Garderobengate. Was es damit auf sich hat, dann in der neuen Folge auch 0 Uhr auf YouTube, ansonsten bei Spotify, Apple Podcasts und auf jeder Podcast-Plattform, die euch lieb ist. Außerdem morgen irgendwann gegen Mittag rum Roast der Woche auf Comedy Central ist auch in der Roast der Woche Playlist drin. Also verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Ich nerve ja sowieso damit. Also ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüssi. V, du liebisch. Du liebisch. Untertitelung des ZDF, 2020